und heute liegt mal der hauptaugenmerk darauf bei fast zehn grad minus wind also mit windkälte fast 20 grad minus super slow motion mit der ax 700 zu machen mit 250 frames die sekunde so 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 Bei 250 Frames hat man bei der AX700 ziemlich sehr gute HD-Verhältnisse. Bei 500 Frames geht HD deutlich zurück bis geschätzt auf 720er Auflösung und bei 1000 Frames pro Sekunde braucht man natürlich sehr viel Licht und die Qualität geht noch weiter zurück. Also schaut's rein! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!